Ihr hört das Hörbuch Kassandras Tränen, eine Geschichte aus der Spielwelt von Star Citizen, veröffentlicht auf www.sternenwanderer.org. Das Abenteuer der Hauptfigur Cal Mason wurde von Cloud Imperium Games veröffentlicht. Die Geschichten sind von Oliver Klempert, in-game John Bruebecker, übersetzt worden. Das Hörbuch eingesprochen hat Kai Bach, www.stimmehamburg.de. Alle Rechte verbleiben bei den Urheberrechtseigentümern. Viel Spaß beim Anhören. Kassandras Tränen – ein Cal Mason-Abenteuer von Dave Heddock Teil 1 U-I-I-S-Träger Gimini – Zentauri-System Vier Wochen. Vier lange Wochen, seit Cal Mason den entführten Xi'an-Diplomaten gerettet hatte. Nun endlich wurde er von der Krankenstation entlassen. Er hatte dieses bestimmte Verlangen, das daher kam, dass er schon viel zu lange am Boden war. Piloten befiel das immer. Fast so, als trauten sie ihren Liedern nicht zu, sie zu tragen. Nein, Piloten mussten sich mit Flügeln und Triebwerken durch das Universum bewegen, nicht mit ihren Armen und Beinen. Cal's Rippen schmerzten noch immer von dem Schlag, den er auf Vega eingesteckt hatte, aber das war ihm egal. Er musste einfach raus. Cal machte sich auf den Weg zurück in sein Quartier. Die letzte Schicht der Patrouille war gerade gelandet. Sie überholten ihn auf dem Weg zu einer Nachbesprechung. Hey, Mason! Haben Sie dich endlich rausgelassen? Cal drehte sich um. Penny sah müde aus, dabei aber fröhlich wie immer. Wenn es in diesem Universum etwas gab, das ihre Laune trüben konnte, dann hatte Cal es bisher nicht gesehen. Nicht offiziell. Wie ist es da draußen, Kleine? Gefahr auf Schritt und Tritt. Du weißt, wie das ist, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Hast du dich schon bei Grandpa gemeldet? Bin gerade auf dem Weg dorthin. Penny joggte, um den Rest ihres Wings einzuholen. Sie löste ihr Haarband, um ihr feuerrotes Haar freizulegen und drehte sich um. Oh, und Cal? sagte sie, während sie sich umdrehte. Hör auf, mich Kleine zu nennen. Admiral Showalter war schlecht gelaunt. Wenn es in diesem Universum etwas gab, das Showalter in gute Laune versetzen konnte, so hatte Cal es bisher nicht kennengelernt. Es war wie bei Penny, nur andersherum. Der Admiral, der von Crewmitgliedern mit Todeswunsch den Spitznamen Grandpa erhalten hatte, war ein lebenslanger Soldat. Als überlebender mehrerer Bodenkampagnen, hunderter Einsätze und wahrscheinlich dutzender verdeckte Operationen, war seine Karriere in seine Gesichtszüge eingebrannt. Seine schmalen Augen nahmen alles auf, gaben aber nie etwas preis. Sie sollten noch auf der Krankenstation sein. Er brummte den Satz mehr, als dass er ihn sagte, während er den Bericht des Arztes auf seinem Bildschirm überprüfte. Außerdem werden Sie bis zu Ihrer Untersuchung nicht in die Nähe Ihres Schiffes kommen. Western Command macht mir immer noch die Hölle heiß wegen der Nummer, die Sie da abgezogen haben. Tut mir leid, Sir. Cal konnte sich ein Grinsen kaum verkneifen. Einem Schmugglerschiff durch die belebte Stadt Taitis zur Hauptverkehrszeit hinterher zu jagen, konnte schon mal ein paar Hühner aufscheuchen. Dafür war es aber eine höllisch gute Verfolgungsjagd gewesen. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie waren gut da draußen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie zum Sündenbock gemacht werden, damit andere sich politische Vorteile verschaffen. Danke, aber bringen Sie sich meinetwegen nicht in Teufels Küche. Denken Sie, ich bin dahin gekommen, wo ich bin, ohne ein paar politische Fallstricke umgehen zu können. Das war der Grund, warum sich alle von Showwalters Truppen für diesen Mann eine Kugel einfangen würden. Showwalter schaltete seinen Bildschirm aus und sah Mason an. Aber ich setze sie trotzdem nicht wieder auf die Rotation. Ich werde darum betteln. Und ich werde, wenn es sein muss, einen Verletzten schlagen. Und jetzt verschwinden sie. Cal beschloss, ihn nicht weiter zu reizen. Er wollte unbedingt wieder in die Luft kommen. Er musste nur herausfinden, wie. Wie sich herausstellte, würde er nicht lange warten müssen. Ein Notruf schrillte in dem Moment durch das Schiff, in dem der Vandul-Angriffstrupp das System erreichte. Füße donnerten durch die Gänge, die Triebwerke zündeten. Die massiven Hangartore des Trägers rollten zurück. Penny schnallte sich in ihrem Sitz an, während ihr Nav-Computer hochfuhr. Sie schaute durch die Hangarbucht und sah Cal, der soeben vor ihrem Schiff vorbeiflog. Er grinste und salutierte. Verrückter Sohn einer … Admiral Shoalwater war auf der Brücke, als Mason abhob. Er drückte auf die Coms. Verdammt, Mason. Bringen Sie den Vogel zurück auf das Deck. Ich sage es Ihnen nur einmal. Tut mir leid, Sir. Die Navigation ist bereits eingerastet. Ich werde versuchen zu … Cal schaltete den Kanal stumm. Das Kribbeln eines bevorstehenden Sturms stieg in ihm auf. Für ihn war das hier sein Zuhause. Er wusste es, seit er das erste Mal in einem Cockpit gesessen hatte, und seitdem war es jedes Mal so. Penny schloss zu ihm auf. Was zum Teufel machst du da? Na, ich helfe. Der Admiral hat mir befohlen, dich vom Himmel zu holen. Ich werde brav sein. Versprochen. Penny starrte ihn ein paar Augenblicke lang an. Schließlich schüttelte sie den Kopf. Gut, pass auf uns auf und mach keine Dummheiten. Komm schon, Penny, du kennst mich doch. Eben drum. Cal fiel zurück in die Formation. Der Wing besaß 16 Schiffe, 10 Cestis, Dogfighter, 3 Zipper und 2 Anvils. Das sollte reichen, um mit allem fertig zu werden. Auf der Brücke der Gemini beobachtete Showalter, wie die Blips des Vandul-Überfallkommandos auf der Kartensphäre kreisten. Sie verschwanden soeben in der Atmosphäre des Planeten, ja. Das ließ ihn innehalten. Warum dort? Er dachte nach. Es gab viel dichter besiedelte Planeten in dem System. Die Vandul hatten in der Vergangenheit keine Angst vor der Flottenpräsenz der UII gehabt. Wenn sie hier waren, um zuzuschlagen, warum dann auf einem trostlosen Grenzplaneten mit nur einer Handvoll Siedlungen und Forschungsstationen? Admiral! Neuer Kontakt! Peilung 8-7-0! Whittaker, Radarspezialist, ließ den neuen Impuls auf der Radarkugel aufleuchten. Showalter warf einen Blick darauf und wusste sofort Bescheid. Es war ein Vandul-Flaggschiff. Es war auf dem Weg, sie abzufangen. Tja, da ist wohl jemand zum Spielen gekommen. Er gab den Befehl, dass sich die Gemini für die Schlacht bereit machen sollte. Teil 2 Kells Schiff schüttelte sich in der Sekunde, in der es auf Yars Atmosphäre traf. Penny und der Rest ihres Wings waren bereits durchgestoßen und in den dichten Wolken der oberen Atmosphäre verschwunden. Seine Koms fielen aus, als er durch die Wolken raste. Kel konzentrierte sich, blieb genau auf Kurs, bis er wieder etwas sah. Nur Sekunden später geriet er mitten in die Schlacht. Fighter auf beiden Seiten kreischten durch die Luft, als sie sich über dem Kraterplaneten aus rot-braunem Gestein umeinander drehten. Einer ihrer Sipper bekam einen Treffer an den Triebwerken ab, was sofort dessen Geschwindigkeit reduzierte. Die einzige Stärke, die diese Fighter ausspielen konnten. Bevor Kel überhaupt nur reagieren konnte, stürzten sich zwei Vandul auf ihn. Er sah, wie Penny sich mit einem Raider anlegte und beschloss, dass er an der Reihe war, sich einzumischen. Auf der Brücke der Gemini beobachtete Admiral Showalter unterdessen das sich annähernde Flaggschiff der Vandul. Reden Sie mit mir, Corporal. Seine Mine bewegte sich kaum. Corporal Whittaker studierte seine Scanner. Die Waffen werden hochgefahren, Sir. Es sieht so aus, als würde es seinen Kurs um ein paar Grad drehen. Showalter warf einen Blick auf die Radarkugel und auf ihre neue Flugbahn. Er versucht, uns von Jahr abzuschneiden. Er zeichnete die Flugbahn der Gemini auf dem Neff ein und übermittelte sie zum Piloten. Dessen Augen wurden groß. Sir, das wird uns in die obere Atmosphäre bringen. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, der Schwerkraft des Planeten zu widerstehen. Das ist mir egal. Ich werde unsere Leute nicht im Stich lassen. Schilde auf Backbord. Ich will runter, bevor sie ihre R-Kanonen auf uns ausrichten. Die massiven Taifuntriebwerke der Gemini zündeten und schickten das Schiff Richtung Jahr. Unterdessen wich Cal dem Feuer der Raider aus. Er zündete seine Kompensatortriebwerke, um ein Ausweichmanöver einzuleiten. Der Vanduul-Raider, der Cal verfolgte, schwenkte plötzlich in sein Sichtfeld. Cal drückte den Abzug. Pure Energie brannte sich seinen Weg durch den Himmel. Der Vanduul versuchte ebenfalls auszuweichen. Erfolglos. Sechs Schüsse durchschlugen seinen Flügel. Der siebte traf genau das Cockpit. Der Vanduul begann seine lange, feurige Todesreise nach unten. Cal nahm sich einen Moment Zeit, um die Situation zu sondieren. Im Moment war es ein Kampf auf Leben und Tod. Eine der Anvils war weg. Die andere feuerte schwere Artilleriegeschosse ab. Langsam, dafür aber mit großem Schaden. Zwei Zestuspiloten kämpften mit einem Raider. Dessen Hauptflügel sah aus, als wäre er in schwarze Kriegsbemalung getaucht worden. Er hatte zwar noch nie solche Vanduul-Markierungen gesehen, aber das bedeutete nichts. Penny hatte gerade ihren zweiten Raider abgeschossen. Hinter ihr sah Cal in der Ferne, wie weitere Schiffe die Atmosphäre durchbrachen. Die Wolken beeinträchtigten immer noch seine Scans, sodass er kein klares Ziel ausmachen konnte. Er begann sie abzufangen. Wenn es weitere Vanduul waren, würde er nicht zulassen, dass sie sich von hinten anschleichen. Tatsächlich. Etwa ein Dutzend weitere Scythes und ein paar Crawler kamen auf sie zu. Aufgepasst, Leute. Wir kriegen Gesellschaft. Cal sah gerade noch rechtzeitig nach unten, um zu erkennen, wie ein Vanduul-Raider, eine schwarze Talon, ihre Triebwerke startete, um gekonnt, jedem Feuer auszuweichen. Die Talon schnitt eine Zestus mit ihrem Flügel in zwei Hälften und feuerte einen gezielten Energiestoß auf eine andere Zestus. Cal hatte so ein Manöver noch nie gesehen. Wer auch immer dieser Pilot war, er war verdammt gut. Auf der Gemini heulten sämtliche Alarme. Showalter hatte das Schlachtschiff in Reichweite des Vanduul-Flaggschiffs geschwenkt. Die beiden gigantischen Schiffe lieferten sich nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dabei einen Schlagabtausch auf kürzeste Distanz. Der Raum zwischen ihnen blitzte auf, als die massiven Schilde aufflackerten, um die schweren Schüsse zu absorbieren. Immer wieder wurde die Brücke der Gemini in grelles Licht getaucht. Der Plan selbst hatte jedoch funktioniert. Für den Moment hielt die Gemini zwischen dem Vanduul-Schiff und dem Planeten einen Fluchtweg offen. Ihre Steuerbordkompensatoren arbeiteten mit aller Kraft, um zu verhindern, dass das Schiff in die Atmosphäre von Jahr fiel. Sir, Schilde bei 30 Prozent! Zur Kenntnis genommen. Finch, wie hoch ist der Schaden? Der Waffenoffizier war auf seine Scanner fixiert und koordinierte die massive Feuerkraft der Gemini. Sie müssen ordentlich einstecken und werden langsam schwächer, Sir! Über dem Planeten drehte Kerl sein Schiff in Richtung der Vanduul-Verstärkung, bereit zum… Doch sie griffen nicht an. Stattdessen rasten sie auf eine alte Siedlung am Boden zu. Penny! Irgendeine Idee, was das da drüben ist? Hm, nicht jetzt, Kerl! murmelte sie. Ihr Peilsender piepte. Endlich hatte der Computer sein Ziel erfasst. Ein Strom winziger Raketen zischte aus dem Bauch ihres Schiffes, verfolgte einen weiteren Raider und ließ diesen kurz darauf explodieren. Kerl sah etwas anderes. Die schwarze Talon flog auf Penny zu. Penny! Auf deiner Sechs! Penny zögerte nicht und ließ ihr Schiff nach unten wegsacken. Eine ganze Salve Granaten explodierte an der Stelle, wo sie noch Millisekunden zuvor gewesen war. Kerl gab ein paar Schüsse ab. Acht verfehlten, drei trafen. Aber die Schilde fraßen sie auf. Oh Mann! Kerl seufzte. Jetzt hatte er die ganze Aufmerksamkeit der schwarzen Talon. Ein Untertitelung des ZDF, 2020